hallo jungs ich wurde immer wieder gefragt wie geht web app sniping ich möchte das jetzt in diesem video detailliert erklären und sagen was für voraussetzungen ihr braucht und wir fangen jetzt direkt mal an die erste voraussetzungen die ihr braucht ihr müsst auf jeden fall ein playstation 4 ein xbox oder ein computer account haben dann meldet ihr euch ganz easy an unter anmelden landet ihr hier in diesem menü hier ist ganz wichtig ihr braucht euer ea konto nicht das konto was ihr auf der xbox oder playstation zum beispiel habt sondern ea konto da loggt ihr euch ein und dann landet ihr in diesem menü als erstes zeige ich euch die einstellungen die ihr benötigt um das mit dem snipen zu beginnen und zwar ist hier wichtig es ist meistens immer auf 100 prozent eingestellt ihr geht es auf eurem browser und zwar steht jetzt hier ich bin jetzt über chrome drinnen da gibt es halt ein prozentsatz an zoomen und ideal sind immer 175 prozent das kann sein dass bei euch 150 gut sind das kann sein dass bei euch 180 gut sind bei mir über google chrome sind es jetzt 175 ideal und damit ihr diese methode auch benutzen könnt müsst ihr unbedingt auf die vollbild variante gehen damit ihr unten also vollbild geht auf f11 ihr seht ich bin jetzt hier auf f11 drücken hier auf im vollbild modus gekommen wichtig ist dass sie hier auf den suchen button kommen könnt es ist nämlich der punkt wenn ihr herange zoomt haben habt dann muss auf jeden fall eure maus hier direkt unter dem jetzt kaufen fällt landen wenn ihr natürlich den zoom weiter heraus und auf suchen geht dann könnt ihr den spieler nicht snipen dann kommt sie hier nicht auf jetzt kaufen wichtig ist dass dieser button direkt unter dem feld ist von suchen das heißt ich so mir jetzt auf 175 prozent klicke auf suchen und da drunter kommt direkt das feld jetzt kaufen was bedeutet eigentlich sniping was heißt es was meine ich damit damit meine ich man kauft einen spieler günstig ein unter dem marktwert und verkaufte mit gewinn für den marktwert preis oder teurer das heißt eine theorie hier geht es auf die transfermarkt suche wir suchen jetzt einfach mal irgendeinen beliebigen spieler ich gebe jetzt einfach mal ein perera so ein perera kostet aktuell 3300 münzen so der geht nach 15 minuten verkaufte sich für 3300 münzen und den versuchen wir unter dem marktpreis einzukaufen wichtig ist hier nach jedem suchen eins weiter nach oben auf plus zu gehen mindest geburtspreis damit der markt immer aktualisiert wird so in der theorie linke maustaste und enter maustaste immer hier auf diesem feld bleiben linke maustaste gedrückt drücken und enter taste die ganze zeit drücken das ganz wichtig die maustaste bewegt sich nicht die bleibt hier immer auf der stelle stehen so dass ihr quasi den ersten spieler der jetzt gleich auf den markt kommt dass ihr den auch bekommt so ich versuche jetzt mal einen für euch zu snipen dass ihr seht wie das aussieht aber ihr seht es ja bei mir in den live stream ganz oft weil ich snipe ja sehr häufig über die webapp wichtig ist für mich dass ihr versteht wie das funktioniert wenn auf jeden fall noch fragen aufkommen hier haben wir einen perera für 2900 münzen bekommen den verkaufe ich jetzt für 3300 und das heißt ich habe den spieler unter den marktwert eingekauft und natürlich mit gewinn für 3300 verkauf das ist sniping wer natürlich fragen hat kann gerne unter die kommentare schreiben gibt mir euer feedback wenn euch das video gefällt lasst ein abo da lasst ein like da wer möchte darf auch gerne teilen ich bin somit raus und viel spaß mit dem video viel spaß beim snipen ciao und